Zu was geht ab? Ich bin jetzt hier mit Bland. Wir wollen jetzt zum Friseur gehen und schaut mich genau an. Wie hässlich aussieht. Ja, genau. Und schaut mich mal an. Hässlich an. Ja, viel hässlicher als ich. Und dann ungefähr in einer Stunde, zwei Stunden. Der muss seine Bauchtasche, Bibi. Ich muss noch einiges machen. Dann sind wir wieder hier. Guckt mich so an. Guckt ihn jetzt an. Guckt ihn jetzt an. Halt sieht er nicht mehr so aus. Ich hab geduscht. Und dann mach ich jetzt aus. Ich mach wie jetzt losgehen. Mach wieder, mach wieder. Okay, dann mach ich. Ich hab wie viel Geld? Wir haben Geld. 25 Euro. 25 Euro, ja. Wenn er uns... 27 Euro, ja, 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 ja. Ich hab 20 Euro. Wir haben ja 7 und da können wir uns ein Eis holen. Ich hol mir dann auch noch ein Eis. Ich hol mir 2... Was? Ich hol mir 2... Minion Eis. Das Schlümpfeis. Papa Schlümpfeis. Ich hol mir den Papa Schlümpfeis. Ich hol mir den Bull, Mann. Ich hol bei... Ja, ich auch. In der Eisdiele gibt's Red Bull und Zidrone, Alter. So lecker. Hier lang, hier lang. Sieht das gut aus? Weiß nicht. Schöne schön. Ey, komm, komm hier lang. Wisst ihr, wo es lang geht? Ich weiß, das nehm ich nicht. Ja. Ich schwimme jetzt noch bis zum Kindergarten. Oh, die Sonne nervt. Und dann... Ich hab auch jetzt meine Brille. Ach so. Ich hab hier sie gelassen, aber ich... Meine Mutter hat sie weggegangen. Ja, die Junge, die müssen ab und da sein. Typisch. Ja, ab und da. Und jetzt gehen wir zur Brille. Ja. Wie ist es? Ja, die können einen Zeitstopp machen. Warte, schon mal da? Was? Warte, schon mal da? Ja. Wie geht das? Einmal. Einmal. Ja. Ja, scheiße, bringe mir immer beste Haare. Ich mach das hier. Mach aus. Ey, Leute.